Ich darf Sie heute herzlichst aus der Ortschaft Schall-Emmersdorf in der wunderschönen Wachau begrüßen. Dieses ehemalige Gasthaus mit mehreren Fremdenzimmern liegt direkt an der Hauptverkehrsroute aller Auto- und Radfahrer, welche an der Donau entlangfahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr Immobilienexperte Andreas Schlögl von REMAX Plus St. Pölten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020